Musik 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 Verholt haben die Umstände. Des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass die der Heulungsvorstellung unsere überaus erfolgreiche... Meine Damen und Herren, bitte entschuldigen Sie die Verspätung, mit der wir beginnen, da diese eine Folge unvorhergesehener Umstände ist, die wir... Untersteh ich! Untersteh ich! Die wir jedoch inzwischen unter Kontrolle haben. Unsere überaus erfolgreiche Prodäme, die Ihr Ende erreicht hat. Ähm... Ich möchte mich hier nicht bedanken für Ihre... Wir danken Ihnen für Ihre... die grönt wird Ihr Verständnis. Ach, des Weiteren möchte ich Sie noch darauf hinweisen, dass Sie mit Sicherheit heute Abend, sehr geehrte Damen und Herren, dieses Theater, mit Sicherheit ganz... äh... beschwingt... verlassen werden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß, Sie haben eine schöne Unterartel. Hallo? Ja... Aber es ist vorne am Tor, Herzen. Na, der Brand ist netto. Ja, der Sohn, so... Aber immer ein großer Netto, weil der Spaniensohn... Herr Philipp Brand, richtig! Der, wo die Stücke schreibt. Genau! Nur warum der sich mit Stücke abgibt, mit solchen Stücke, ist mir schleierhaft. Der wäre in dem Löwe-Kirchen nicht besser aufgehoben. Na, die ist das netto. Ah, die sind alle Netto, die sind alle in Spanien. Ob ich in Spanien bin? Herz! Ich hübe mich ins Haus. Aber nichts? Gehe ich schon um Angst. Und zwar Punt-Arzt! Den kann ich innen flüstern. Nur, damit ich den leckeren Teller sattile hinnehmen und es betonen mich gemütlich. Und wenn es was mit dem Haus zu tun hat, dann müssen Sie die Häuserwagter anrufen, weil die das Haus vermageln. Schmidt, Schmidt, Heckmann und... No, die sind net in Spanien. Herz hier! Die, die sind nur ein bisschen zerfascht. Ja, Moment! Ich geh mal runter. Äh... Also, jetzt geht noch... Jetzt mach ich hier... Eben... Eben... Was... Eben was falsch. Ist doch wirklich wurschtig. Sie haben doch nicht etwa Kurs. Nein, nein! Aber wer ist denn sonst noch hier? Außer mir? Ich glaube, Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Sie kommen! Häng auf! Häng auf! Gehübert! Jemals! Okay. Meine Damen und Herren, Würden Sie bitte Ihre Plätze einlegen? Die Vorstellung bitte! Sie kommen! Und wir haben Vortrag zu finden! Ach, was ein Glück! Wobei haben Sie dich denn gestört? Wer hört? Jemals! Ein Wort! Meine Damen und Herren, Würden Sie bitte Ihre Plätze einlegen? Nein! Ich hab schon! Du hast schon! Ich hab schon! Du hast ja gesagt, beginn, beginn! Beginn, beginn, beginn! Die Vorstellung beginn, beginn in jedem Moment! Oh, Jürgen werden seine Pummiperchen im Hals stecken bleiben! Nein! Die Wände sind so drin! Weißt du? Ich hab's so was von satt! Hat sie gesagt! Oh! Oh! Irgendwo so eine Tränze daheim! Oh! Für die zweite Versetzung! Dann reichen wir uns doch noch mit dem Morgen, oder? Pssst! Lange, mein Herz! Ah, dann ist er ja... Alles okay? Alles okay? Alles okay? Alles okay? Wachis! Können wir? Sehr gescheit! Nur eine kleine Runde rühren! Ich steig auch nicht ohnehin immer voll zu nix! Trotzig sauer! Kirsten, Schätzchen! Du musst, mein Baby, dein Typ wird verdauen! Du hast gebraucht! Alles okay? Hier ein Küsschen! Hier ein Küsschen! Hier ein Küsschen! Da ein Küsschen! Vorhand auf! Hört mal Leute! Ich will keine große Rede halten! Aber Tatsache ist, wir müssen darüber uns mit einer Vorstellung zustande bringen und... Und dazu müssen wir miteinander sprechen! Wie ist denn sucht? Oh, siehst du schon zu müde? Ich brauche es! Also nicht schlecht, wenn man denkt, dass es sich ja um eine Nachliebheitsvorstellung handelt! Die vordersten von den hintersten Reihen sind ziemlich voll! Jungs Mädchen, zieht den Lacken hoch! Ab morgen mit den guten Leuten haben wir nicht mehr so eure Zeit! Also dann, Ruhe bitte! Und dann, Ruhe bitte! Tschüss! Chi ageis! Ja, danke! Schöne! Und dann, Ruhe! Ich will nicht! Und dann, Ruhe bitte! Vielen Dank.